Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf Kickoff zu den aktuellen Transfer-News aus der 1. und 2. Bundesliga. Auf dem Transfermarkt ist ja so einiges los und somit gibt es auch jetzt am Wochenende einige interessante Themen zu besprechen. Und wir gucken mal kurz und knapp auf das, was uns heute erwartet. Denn beim BVB gibt es Neuigkeiten zu Pascal Groß und auch zu Cero Girassi. Der VfB Stuttgart wiederum sucht nach Neuzugängen und drei Spieler, die in der Bundesliga durchaus auch schon mal für positive Schlagzeilen gesorgt haben, stehen dort nun ganz oben auf der Wunschliste. Ansonsten schauen wir auch in die zweite Bundesliga zu Hertha BSC und Diego Demme. Und Borussia Mönchengladbach sucht nach einem neuen Innenverteidiger. Das und mehr sind heute unsere Themen. Wir gehen rein in die aktuellen Transfer-News aus der 1. und 2. Bundesliga. Legen wir los mit einem deutschen Nationalspieler, der sich auch vielleicht bedingt durch das bittere EM-Aus jetzt frühzeitig für einen neuen Verein entscheiden möchte. Und das ist Pascal Groß. Denn dort gibt es seit gestern eine endgültig mündliche Einigung zwischen Pascal Groß und Borussia Dortmund. Denn laut Sky steht der Nationalspieler nur noch endgültig vor einem Transfer zum BVB. Es gibt mittlerweile eine komplette mündliche Einigung zwischen Dortmund und Pascal Groß. Und somit ist eben diese endgültige Stellung auf jeden Fall schon mal gefallen. Eintracht Frankfurt und auch Brighton wurden logischerweise auch darüber informiert. Denn vor allem die SGE war ja schon seit Monaten sehr, sehr stark an Pascal Groß interessiert. Man hat aber auch, dass er jetzt beim BVB das mehrfache verdienen wird, als es bei Frankfurt hätte tun können. Und auch deswegen hat sich im Groß mittlerweile 100% dazu entschieden, Nix oder zum BVB zu wechseln. Ricken, Kehl und Missyntat haben ihn überzeugt und wollen ihn auch unbedingt haben. Aber, und auch das ist eben das Wichtige bei einem solchen Deal, es gibt weiterhin noch keine Einigung zwischen Dortmund und Brighton. Denn die ist noch nicht da. Brighton will auch weiterhin Pascal Groß gerne behalten. Der neue Trainer Fabian Hürzeler, der von St. Pauli gekommen ist, sieht in Groß einen Schlüsselspieler. Aber er will eben unbedingt weg aus England und zurück nach Deutschland. Die Verhandlungen laufen somit noch, aber Dortmund möchte den Deal. Zeit der Abstimmung ist auch diesbezüglich sehr optimistisch, dass das funktioniert. Es geht derzeit um eine Ablöse im Marktwertbereich. Dieser liegt bei 8 Millionen Euro und laut Sky liegt die Ablöse dann irgendwo bei 8 bis 10 Millionen Euro. Und somit bekämen wir natürlich damit der BVB einen sehr erfahrenen Mittelfeldspieler hinzu. Mit seinen 33 Jahren, der die vergangenen Jahre in der Premier League unglaublich starke Leistungen gebracht hat. Und somit sicherlich schon eine sehr, sehr gute Verstärkung sein wird. Und man ist natürlich auch noch auf der Suche nach einem neuen Mittelstürmer. Seru Gerasi ist und bleibt ein sehr konkretes Thema. Und auch dieser Deal steht laut Sky-Informationen kurz vor dem Abschluss. Denn es gab in den vergangenen ein, zwei Tagen positive Gespräche. Und somit sind alle Beteiligten jetzt wirklich sehr optimistisch, dass man alle finanziellen Details auch jetzt in den nächsten Stunden tatsächlich zu klären schafft, um auch dann den Wechsel vom VfB Stuttgart zu Borussia Dortmund zu finalisieren. Es war ja ohnehin so, dass der VfB schon bestätigt hatte, dass eben Gerasi seine Ausstiegsklausel gezogen hat. Und jetzt nimmt eben auch dieser Transatz zum BVB weiter Form an. Es war ja so, dass noch ein paar Details gefehlt hatten. Auch das war vom Wochenende schon berichtet worden. Aber auch das ist wohl jetzt kein Problem mehr. Das heißt, Seru Gerasi und auch Pascal Groß stehen kurz vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund. Und auf der anderen Seite bedeutet das logischerweise auch, dass der VfB Stuttgart neue Spieler benötigt. Sebastian Hoeneß zeigte sich ja durchaus auch enttäuscht und auch irgendwo sauer darüber, dass die ganzen Spieler jetzt auch gegangen sind. Und vor allem in der Innenverteidigung reißt ja nicht nur das Loch von Anton, der auch zum BVB wechseln wird, sondern auch eben Ruki Ito, der zu Bern gegangen ist. Das ist ein klares Loch. Und hier sucht der VfB Stuttgart nach neuen Innenverteidigern und beschäftigt sich mit einem Transfer von Jordan Torunariga. Den kennen sicherlich viele von euch noch aus der Bundesliga, wurde bei Hertha BSC zum Profi und ist eben dann in der Vergangenheit, besser gesagt, nach Belgien, der wechselt zu KA Agent und hat dort wirklich gute Leistungen gezeigt. Er steht dort noch bis 2025 unter Vertrag, heißt noch ein weiteres Vertragsjahr. Und deswegen kann er sich auch einen Transfer zum VfB Stuttgart sehr gut vorstellen. Klar, Torunariga ist natürlich einer, der damit in der Champions League spielen kann, zurückkehren würde in die Bundesliga und es gab auch bereits erste Gespräche. Aber es gibt hier laut Sky noch keine Einigung. Trotzdem hat auf jeden Fall der ehemalige Ertaner mehrere Anfragen auf dem Tisch. Ein Vereinswechsel in diesem Sommer ist auf jeden Fall gut möglich. Und weil eben sein Vertrag nur noch ein weiteres Jahr läuft, liegt auch die Ablöse irgendwo zwischen 3 und 5 Millionen Euro. Ich finde auf jeden Fall, dass der VfB Stuttgart dann dort gar nichts falsch machen kann. Es wäre irgendwo auch ein typischer VfB Stuttgart-Transfer, wenn man eben dann Torunariga zurückholen würde in die Bundesliga. Für mich auf jeden Fall auch, weil er links muss ist und auch rein preislich gesehen, auch mit seiner gewissen Erfahrung, die er jetzt gesammelt hat, ein super interessanter Kandidat. Und ganz oben auf der Wunschliste vom VfB Stuttgart ist auch ein zweiter Name, der in der Bundesliga bereits gespielt hat und sogar auch mal für den VfB Stuttgart spielte. Und das ist Jakob Brün-Larsen. Der hat ja zumindest mal bei der EM ein paar Minuten spielen können für die dänische Nationalmannschaft. Und jetzt geht es eben für ihn auch um die Zukunftsfrage. Denn nominell steht der Flügelspieler bei der TSG Hoffmann unter Vertrag, aber zuletzt verliehen zum FC Burnley und die haben die Kaufoption nicht gezogen. Deswegen ist Brün-Larsen jetzt doch wieder offiziell bei der TSG unter Vertrag, hat aber dort womöglich keine Zukunft mehr. Und nun wird aus Dänemark berichtet, was auch noch mal die Bild aufgefangen hat, dass eben dann Jakob Brün-Larsen beim VfB Stuttgart ein Thema werden könnte. Denn er steht wohl ganz oben auf der Wunschliste vom VfB, sollte man tatsächlich noch einen Nachfolger für Chris Führig verpflichten müssen. Führig ist ja ein Thema bei anderen Bundesligisten, vor allem auch bei RB Leipzig zum Beispiel oder Bayer Leverkusen steht er weiterhin relativ oben auf der Wunschliste. Aber es ist eben noch nicht klar, ob Führig bleibt oder nicht. Unabhängig davon ist aber auf jeden Fall Brün-Larsen ein Name, der im VfB Stuttgart auf der Liste steht und der wohl für 8 Millionen Euro zu haben ist. Auch sein Vertrag bei der TSG läuft noch ein weiteres Jahr. Ich persönlich habe Brün-Larsen immer als Spielertypen gemocht, er hat mich aber nie so richtig endgültig überzeugt. Deswegen glaube ich nicht daran, dass der VfB so viel Geld für ihn in die Hand nehmen wird. Und dann wäre da noch ein dritter potenzieller Transfer, ein zweiter damit dann auch für die Offensive mit einem sehr interessanten Namen und das ist André Silva. Denn Fabian Wohlgemuth als Vorstandsport hat er bereits bestätigt, dass eben Gerasi und Anton gehen werden. Für Anton hat man eben jetzt und Ito unter anderem Torunariga auf dem Zettel. Aber natürlich auch als Recht im Sturmzentrum muss etwas passieren. Denn Ermedin Dimirovic von Augsburg ist der Wunschkandidat, kostet aber wohl bis zu 25 Millionen Euro und ist ja auch eigentlich, finde ich zumindest, eher der Spielertyp Dennis Undav. Und auch bei Undav ist auch noch nicht klar, wie es weitergehen wird. Und aus der Bild-Zeitung war auch deswegen Tim Kleindienst ein sehr konkretes Thema in Stuttgart. Er hat sich aber ja dann für Borussia Mönchengladbach entschieden, wobei ich mir dann eher daran oder ich eher denke, dass er vielleicht auch selber oder dass Stuttgart selber dann vielleicht nicht Tim Kleindienst endgültig haben wollte, weil eigentlich ja der VfB die deutlich attraktivere Adresse, rein sportlich, aber sicherlich auch rein finanziell ist im Vergleich eben zu aktuell Borussia Mönchengladbach. Aber es gibt natürlich auch noch weitere Kandidaten und das ist mittlerweile wohl auch André Silva von RB Leipzig. Der hatte ja zu Frankfurter Zeiten sicherlich seine beste Karrierephase gehabt in Leipzig, obwohl er über 30 Millionen kostet hat, hat er nie so richtig überzeugen können und ist natürlich jetzt aber mit seinen 28 Jahren ein Spieler, der auf dem Markt ist. Denn Leipzig möchte den Portugiesen gerne endgültig abgeben, fordert der Bild-Zeitung zufolge 10 Millionen Euro. André Silva war jetzt selbst verliehen zur Real Sociedad. Also es ist auf jeden Fall so, dass André Silva wohl auch ein ernsthafter Kandidat für den VfB Stuttgart ist. Er ist recht für das Szenario, wenn eben dann Demirovic nicht zu harten ist, denn man weiß natürlich auch, dass Silva bei Leipzig sehr viel verdient, was dann erstmal deutlich zu viel wäre für den VfB. Aber ich glaube auch da könnte Sebastian Hoeneß André Silva möglicherweise wieder hinbekommen. Schauen wir dann mal weiter in den Süden der Republik zum FC Bayern München. Denn dort gibt es ja weiterhin die News darüber, dass Matthijs De Ligt einer der Verkaufskandidaten bei den Bayern ist, durch ein sehr hohes Gehalt, eben durch den Markt, der vorhanden ist. Und die Bayern fordern ja wohl rund um die 50 Millionen Euro. Und seit Tagen wird er bereits Man United als Interessent gehandelt. Und das scheint auf jeden Fall tatsächlich ein sehr konkretes Thema zu sein. Denn der Agent, besser gesagt der Berater von Matthijs De Ligt, befindet sich laut Sky in Gesprächen mit Manchester United, um auch dann die beste Lösung für seinen Klienten zu finden. Es gibt zu diesem Zeitpunkt noch keine Verhandlungen mit anderen Vereinen. Das heißt, De Ligt-Seite beschäftigt sich nur mit Man United, weil De Ligt auch gerne mit Eric Ten Hag zusammenarbeiten würde. Es gibt aber auch noch, stand jetzt, kein offizielles Angebot von United selber an den FC Bayern. Aber es ist auf jeden Fall so, dass die ablose Summe für United wohl kein allzu großes Problem werden wird. Klar, sie werden wahrscheinlich erstmal ein bisschen weniger bieten. Aber diese 50 Millionen Euro sind auf jeden Fall ein Thema, was für Man United zu stemmen sein könnte und auch realistisch ist, dass das funktionieren wird. Und deswegen kann man davon ausgehen, wenn es eben dann noch eine komplette Einigung gibt zwischen Spieler und Verein, dass dann noch erst recht schnell Verhandlungen aufgenommen werden mit dem FC Bayern München. Und wenn wir dann über Verhandlungen sprechen zwischen Spieler und Vereinen, dann ist natürlich die Geschichte rund um Diego Demm eine, die sich sehr, sehr lange hingezogen hat. Im vergangenen Sommer wollte Hertha BSC unbedingt zuschlagen. Ein Transfer kam nicht zustande und ein Jahr später hat es jetzt tatsächlich funktioniert. Denn Hertha BSC gelingt im zweiten Anlauf die Verpflichtung von Diego Demme. Der Transfer ist mittlerweile endlich offiziell und der Zweite ist damit geteilt, dass er 32-jährigen Vertrag bis 2026 unterschrieben hat. Es war ja so, dass man bereits im vergangenen Sommer unbedingt Diego Demme an Bord holen wollte, weil man eben wusste, okay, wir brauchen noch weitere Erfahrungen im Zentralmittelfeld. Man hat auch gemerkt, dass das in der kompletten Vorsaison gefehlt hat. Und jetzt geht eben der Deal ablosefrei über die Bühne. Der Demmes-Vertrag ist ausgelaufen. Man darf aber auch nicht vergessen, dass Diego Demme nach seinem Wechsel von Ebbe Leipzig zu Neapel erst wirklich noch viel gespielt hat, aber in den vergangenen beiden Jahren eben nicht. Und deswegen sollte die Hertha sicherlich auch ein bisschen Geduld mitbringen, um auch dann Diego Demme ein bisschen Zeit zu geben. Aber es ist natürlich auch schon echt stark, wie Hertha bislang den Kader so geplant hat. Meiner Meinung nach, das zentrale Mittelfeld war mit die größte Baustelle in der Vorsaison. Und auf Andi passt eben jetzt Diego Demme für die Sechs und Kevin Sessa sowie Michael Cuisons für die beiden Achterpositionen. Das ist schon unglaublich stark und passt sicherlich auch sehr, sehr gut zur Fußball-Idee vom neuen Trainer Christian Fjell. Also für mich auf jeden Fall ein richtig guter Deal für Hertha BSC. Auf der Suche nach richtig guten Deals ist natürlich auch noch weiterhin Borussia Mönchengladbach, die ihre Offensive mit Kevin Stöger und dem Kleindienst verstärkt haben. Aber man ist natürlich auch auf der Suche nach neuen Verteidigern, denn eine Sache darf man nicht vergessen, auch wenn die Offensive jetzt nochmal verstärkt worden ist, war die Defensive in der Vorsaison das große Problem. Und deswegen ist die Borussia auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger und beschäftigt sich nach Sky-Informationen mit Bernardo vom VfL Bochum. Der ist ja 29 Jahre alt, kann sowohl als Innenverteidiger als auch als Linksverteidiger spielen und hat im Ruhrgebiet noch einen Vertrag bis 2026. Erste Gespräche zwischen der Borussia und der Spielerseite haben wohl auch bereits stattgefunden. Und was ganz interessant ist, dass sich Bernardo auch einen Wechsel nach Mönchengladbach vorstellen kann. Es gibt noch keine Einigung, aber es ist eben so, dass der Deal noch in der frühen Phase befindet, aber Bernardo einer von mehreren Kandidaten ist, eben dann auf der Suche nach einem neuen Abwehrspieler. Denn klar ist, Gladbach will auf der Position zwingend nochmal nachlegen, was ich auch vollkommen logisch finde. Bernardo ist dort für mich auch ein naheliegender Kandidat. Marktwert beträgt aktuell 5,5 Millionen Euro. Das heißt, der Brasilianer wird zwar auch nicht günstig, aber passt einfach sehr, sehr gut ins Profil. Denn Maximilian Wöber ist und bleibt zu teuer für Gladbach. Denn er ist ja aktuell wieder zurück bei Leeds United, möchte auch an sich ganz gerne in England spielen, aber Leeds ist auch durchaus bereit, ihn zu verkaufen für 10 bis 12 Millionen Euro. Und das ist einfach zu viel Geld für Gladbach. Gladbach würde ihn ganz gerne behalten, aber das eben nur mit einem anderen Deal probieren. Das heißt, entweder weniger Ablöse oder vielleicht dann erstmal wieder eine Laie plus Kaufoption. Und die Tendenz ist zwar, dass Wöber Leeds verlassen wird, aber Gladbach sucht sich dann eher oder sucht eher nach günstigeren Alternativen. Und Bernardo scheint hier auf jeden Fall ein durchaus interessantes Thema zu sein. Und somit sind das also die aktuellen Transfer-News aus der 1. und 2. Bundesliga. Schreibt dazu mal gerne eure Meinung in die Kommentare und schreibt auch gerne weitere Transfer-News hier in die Kommentare, die vielleicht heute nochmal Thema werden könnten, die wir dann morgen beleuchten können. Und dann sehen wir uns hier im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und bleibt am Ball. Und dann sehen wir uns hier in die Kommentare. und dann sehen wir uns hier in die Kommentare.